Okay, Punkt 16. Sie brauchen immer die neuesten Klamotten, Handys, Autos oder sonstige Besitztümer, um sich entweder vollständig und glücklich fühlen zu können, oder Sie wissen gar nicht genau, wieso Sie das machen. Sie rennen einfach Saison für Saison immer wieder in die Geschäfte, um auch ja up-to-date zu sein. Und wie ich immer sage, der Geist des Schwachen geht mit jedem Trend. 15. Sie haben die negativen und einschränkenden Glaubenssätze Ihrer Kindheit noch nicht aktiv beleuchtet und verabschiedet. 14. Sie werden komplett von Ihren Emotionen und von Ihren Gefühlen geleitet. Das heißt, Sie haben Ihre Gefühle und Ihre Gedanken nicht im Griff, sondern Ihre Gedanken und Ihre Gefühle haben Sie komplett im Griff. Und so geht es 99% aller Menschen, die in der Matrix leben. Die sind sozusagen auf Autopilot und glauben, keine Wahl zu haben, keine Entscheidung treffen zu können. Aber Glück und innere Zufriedenheit und das, was wir denken und fühlen, ist sehr wohl eine Wahl, zumindest außerhalb der Matrix. 13. Sie vermeiden Stille und Alleinsein. Denn in der Stille und im Alleinsein geschieht oft die größte Veränderung in Richtung Raus aus der Matrix. Punkt 12. Sie unterschätzen in Ihrem Leben den Faktor Dankbarkeit. Das heißt, für Sie ist es niemals genug. Sie brauchen immer mehr. Mehr, 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 wie die meisten Menschen ihr Leben angehen. Das heißt, dass für Sie, so Privilegien wie ein Dach über dem Kopf zu haben, generell am Leben zu sein und in Freiheit statt in Gefangenschaft leben zu können, zu essen und zu trinken zu haben, ein gewisses Maß an Gesundheit und finanziellen Mitteln zu haben, dass es für Sie alles überhaupt keine Bedeutung hat. Dass das für Sie kein Grund ist, auf einer täglichen Basis dankbar zu sein. Elftens. Anstatt zehn Gründe dafür zu suchen, wie und warum irgendetwas funktionieren kann, nehmen Sie lieber den erstbesten Grund, warum es angeblich nicht funktionieren kann. Und handeln dann natürlich nicht und werfen direkt die Flinte ins Korn. Und das kenne ich auch noch sehr gut, denn ich war der absolute König der Ausreden, um nicht ins Tun kommen zu müssen. Zehn. Sie lieben Ihre Komfortzone und vermeiden, um jeden Preis diese zu erweitern. Neuntens. Sie glauben, dass Lösungen für Ihre Probleme nur dann sinnvolle Lösungen sein können, wenn die entweder langwierig, kompliziert oder mit extrem viel Arbeit verbunden sind. Das heißt, einfache, schnelle und unkomplizierte Lösungsansätze oder Lösungswege erscheinen Ihnen grundsätzlich als sinnlos. Sie sagen dann immer, ja, aber so einfach kann das ja nicht sein. Wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder so machen. Aber wir stecken alle in der Matrix drin, also machen wir es alle kompliziert. Wir haben von Kindheit an gelernt, alles zu verkomplizieren. Nichts darf einfach sein, alles muss kompliziert sein. Und wenn es einen einfachen Weg rausgibt, dann ist das gefuscht oder sowas. Das kriegen wir von Kindheit an erzählt und glauben das natürlich auch. Und das läuft in der Praxis in der Regel folgendermaßen ab. Wir bekommen einen Lösungsansatz, der absolut sinnvoll und plausibel ist, der einfach, schnell und unkompliziert ist und bringen dann folgende beiden Wörter. Ja, aber. Ja, ich war der Weltmeister im Ja-Aber-Sagen. Ich habe 100.000 schnelle, einfache und unkomplizierte Lösungsansätze gehört, gelesen, aufgeschnappt und was weiß ich was. Aber ich habe immer mit den Worten Ja-Aber reagiert. Obwohl in mir hat irgendein Anteil gesagt, komm Junge, steh auf, geh raus und tu's endlich. Tu's einfach, anstatt immer nur zu labern. Komm endlich ins Tun, komm ins Handel. Und? Wie habe ich reagiert? Ja, aber, bla 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 und wieder 20.000 Gründe gesucht, warum diese einfache, schnelle und unkomplizierte Lösung angeblich nicht funktionieren kann. Weil, wenn ich nicht Ja-Aber gesagt hätte, sondern und jetzt geht's los, jetzt handel ich endlich, ja, dann hätte ich wirklich handeln müssen. Dann hätte ich mich nicht in meine Komfortzone verkriechen können, in die Opferrolle verkriechen können, sondern dann hätte ich aktiv werden müssen und handeln müssen. Und da haben wir Menschen oft eine Heidenangst vor, denn dann könnten wir ja frei werden. Und, so verrückt wie das klingt, aber wir Menschen haben nicht unbedingt Angst davor, schwach zu sein und gefangen zu sein, sondern wir haben größtenteils Angst davor, frei zu sein. Achtens, sie umgeben sich regelmäßig mit Leuten, die auch in der Matrix stecken und dann schwelgen sie da gemeinsam in Negativität und in der Opferrolle, weil's eben so schön ist, unser Drama. Und wie sagt man so schön? Du bist der Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen du am häufigsten rumhängst. Und, ja, ich weiß nicht, ob's so eins zu eins zu übernehmen ist, aber meines Erachtens ist da auf jeden Fall was dran. Siebtens, häufige Satzanfänge von ihnen sind, ja, aber man kann doch nicht einfach, man sollte doch, man muss doch, man darf doch nicht einfach oder so einfach kann's doch nicht sein, wie wir das eben hatten. Ja, es darf auf keinen Fall einfach sein. Und sie sprechen regelmäßig im Konjunktiv. Ja, hätte, könnte, wäre, würde. Ja, hätte ich A, könnte ich B. Ja, hätte ich C, könnte ich endlich D machen. Aber ich hab ja noch nicht C, deshalb brauch ich auch nicht ins Handeln kommen. und bleibt weiter in der Opferrolle und in der passiven Rolle, anstatt ins Tun, ins Handeln zu kommen. Sechstens, sie lernen nicht aus ihrer Vergangenheit oder auch aus der Vergangenheit anderer Menschen und erwarten bei gleichbleibenden Handlungen und gleichbleibender Denkweise aber unterschiedliche Resultate, was per Definition verrückt ist. Fünftens, sie glauben, dass Ärzte und unsere beliebte Pharmaindustrie unheimlich daran interessiert sind, sie so schnell wie möglich wieder gesund zu machen. Viertens, sie glauben, dass komplett frei und glücklich zu sein erstens gar nicht möglich ist, ja, weil wir es immer erzählt bekommen, dass sowas nicht möglich ist und zweitens glauben sie, dass selbst wenn es möglich wäre, wäre es was Negatives. Ja, höre ich oft, komplett frei und glücklich zu sein geht erstens nicht und zweitens würde ich das gar nicht wollen, selbst wenn es gehen würde. Drittens, sie verurteilen andere Menschen und bemerken dabei gar nicht, dass jede Fremdverurteilung auch eine Selbstverurteilung ist. Zweitens, sie glauben entweder, Sex wäre diese große wichtige Sache oder.